Hallo und herzlich willkommen und da bin ich wieder mit GreenHell und ich hatte schon einen Fehlstart. Also ich habe schon ein Pfeil hergestellt und den Papagei im Inventar zerlegt. Also ihr habt nicht wirklich was verpasst, ja, war lustig. Nein, eigentlich war es sehr unspektakulär, wie gesagt. Ah, so, perfekt. Ich sortiere gerade so ein bisschen. Ich finde es schön, dass die Paranüsse nicht verderben können. So, die Federn, die lasse ich mal Federn sein. Da weiß ich noch nicht, ob ich die mit der Zeit rausschmeiße, aber die wiegen ja eigentlich nichts. So, das essen wir. Ähm, wir sortieren mal ein bisschen, damit wir einfach auch mehr mitnehmen können. Ähm, essen, essen, essen. Das hatten wir ja leer. Die sind nur noch zehn Stunden. Das heißt, wir können dreckiges Wasser trinken. Okay, so, das nehmen wir mit. Hat er gerade irgendwas gesungen? Waren hier noch Dosen? Das hatten wir alles gelesen. Nochmal Instant Kaffee? Hoch, habe ich gar nicht gesehen. Das hat mir gehört. Gesehen haben wir nichts. Das sind noch mehr Walkie Talkies. Tatsache ist, wir sind mit diesen Leuten hierher gekommen. Wir waren wahrscheinlich sogar der Auftraggeber. Ja, wobei, nee. Oh. Okay. 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 Ja, in der Zeit ist halt unser lieber Higgins ein bisschen abgedreht. Ähm, ja. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich glaube nicht, dass ich irgendwas sagen kann. So, wir trinken jetzt das wundervolle schmutzige Wasser. Was uns zwar viele Parasiten bringt, aber im Endeffekt nicht so schlimm ist in die Kupflanze. Was? Oh, ich will das schmutzige Wasser da nicht reinfüllen. Okay. So. Okay, das heißt, da kommt gleich ein kleiner Berg. Und dahinter... Wir haben hier noch mehr Pilze. Dann können wir... Ah, wisst ihr was? Wisst ihr, was wir machen? Wir machen Dane hier. So. Und alles wieder gut. Ah, das ist immer so ekelhaft. Ekelhaft! Nein. Ähm. Ich hab ein bisschen Angst, weil bevor wir gespeichert haben, war hier ja, äh, 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 ähm... So ein Dingsbums, ne? Wo ein Einwohner, der die ganze Zeit geschrien hat. Das sieht aus wie ein Weg. Und das sieht aus wie ein Berg. Hm, Berg. Hm, Ende vom Weg. Führt einfach nirgendswohin. Toll! Äh, wir gucken mal auf die Karte und auf unsere Uhr. Neue Tagebuch. Äh, ach, Mist. Lass mal hier bei der Karte durchgucken. Ich hier, 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 hier sind wir. So, da musst du mit der Pistole hoch. Aber wir sind ja hier und wir können ja eigentlich hier so vorbei und dann da lang. Das müsste ja eigentlich gehen. Oder wir gehen einfach hier oben lang. Weil, äh, eigentlich kommen wir hier ja vorbei, oder? Ne, das ist auch ein kleiner Berg. Okay, wir gucken mal. Das ist die 27, 34. Okay. Äh, wir gehen erstmal den Weg zurück. Und schlafen wir erstmal eine Runde. Oh, fuck. Ich hab immer so gute Ideen. Wie nachts durch den Dschungel laufen. Das ist so einer meiner Favoriten. Da steh ich auch voll hinter. Okay. Ähm. So. Aber vorher gucken wir auf die Uhr. Äh, 26, nee, das ist. 26, 34. Okay, nee. Das andere Camp ist bei, bei, bei. Ja, äh, 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 äh. 33, 34, 28. Also, das heißt, wir müssten nach Westen laufen. Wir müssen nach da laufen. Ähm, gut. Wir legen uns erstmal nochmal eine Runde hin. Ah, hier müssen wir ja richtig gut schlafen eigentlich. Na, okay, wir sind nicht wirklich müde. Wisst ihr, was ich meine? Das ist eigentlich mehr so, Scheißwetter, hör auf. Äh, äh, Dunkelheit, hör auf. So rum. So, dann können wir nochmal speichern. So. Und dann können wir ja eigentlich los. So, was haben wir gesagt? Wir müssen nach Westen. Oh, mit Licht. Äh, ja. Nach Westen. Da ist Westen. Aber da ist auch ein Driesenberg. Also, müssen wir ja mehr so nach, äh, Südwesten. Ja. Okay. Bevor wir jetzt auf die nächste Ebene gehen, würde ich halt wirklich gerne... Sterben. Nein. Das sind ganz neue Geräusche. War das ein Wildschwein? Okay, hier ist das Wasser. Und hier ist der Berg. Aber wir sind doch jetzt dann hier, an dem Berg. Das heißt, wir kommen hier einfach nicht durch. Dieser, diese kleine Erhöhung ist halt dieser kleine Berg. Okay. Das heißt, wir müssen hier hin. Und hier mit der Pistole hoch. Und dann wahrscheinlich zu dem Camp hier. Äh. Na, es tut mir leid, Leute. Das, äh... Da ist eine Schlange. Da will ich nicht lang. Also. Nein. Das war nix. Das war nur das... Das ist das Rascheln meiner Angst. Okay. Ja, ja. Wir haben schon wieder Egel. Oh, das ist richtig schlimm mit den Egeln. Ehrlich. Richtig schlimm. Nee. Ja. So. Okay. Jetzt haben wir ja... Jetzt haben wir ja... ...einen Pfad. Und jetzt wissen wir, wo wir hinwollen. Und da lang. Ich hoffe, es kommt jetzt kein Krokodil. Sonst bin ich raus. So. Jetzt sind wir aber in einen seichten Fluss gegangen. Das müsste hier gewesen sein. Ja, dann sind wir ja schon fast da. Alles gut. Solange nix raschelt. und nichts faucht. Und keine epische... Oh, fuck. Oh, Gott. Nein, nein. Die sind ja zum Glück... ... ... ... ... Die sind zum Glück langsam. Nein. Was erzählst du? Ich hab deinen Bruder gar nicht gegessen. Ich kannte deinen Bruder gar nicht. Und fickt mich nicht. Ha, ha. Seh ich den irgendwo? Nee. Jetzt so hinter mir. Ha, ha. Ist hier so. Mein Glück. Ja, also ich glaube, wir haben genug Vorräte gefunden, dass wir für die nächsten 500 Jahre keine Tiere mehr töten müssen. Okay. So. Wir müssen jetzt da, da so lang. Hier hoch und dann da so lang. Okay. Ich würde halt gerne auf so einem Weg bleiben. Auf so einem Weg sieht man nämlich besser... Oh, Gott. Das war dieses Vieh. Auf so einem Weg sieht man nämlich besser, wenn da so eine Schlange ist oder so eine Spinne. Im Dickicht sieht man die halt ganz schlecht. Und von daher... Ich will da nicht runter. Das sieht nämlich so aus, als... Ah, okay, gut. Hier, hier. Hier gibt's einen Weg nach unten. Alles gut. Und dann... Alles gut. Okay. Also kommen wir auch wieder zurück. Das ist nämlich auch immer ganz wichtig. Also jedenfalls, dass ich auch wieder zurückkomme. Da ist das andere Zelt. Hm. Das kommt mir bekannt vor. Euch auch? Du bist hier passiert. Ich. Das sieht aber auch aus, als wäre es abgebaut worden. Was ist das? Ich glaube, die haben in unserem Held... Äh, äh, Helten... Die haben in unserem Zelt gehaust. Ja, war irgendwie klar, dass die alles leer zurücklassen? Okay. Jetzt weiß ich halt nicht, ne? Aber... Hier scheint ja auch nur Berg zu sein. Das heißt, hier scheint ja auch nichts wirklich zu sein. Hier geht's jetzt weiter. Das heißt, wir sind bei der 28... 34. Aber wir können anscheinend jetzt hier den Berg... Nee, ich weiß ja, dass wir den Berg rauf laufen können. Wir kamen ja hierher. Entschuldigung, ich hoffe, das war nicht zu laut. Nee, da kommen wir überall nicht hoch. Da kommen wir überall nicht hoch, nee. Ach ja, als wir hier ankamen mit... Mia, da war die Welt noch in Ordnung. Müssten auch damals... Nee, war sie ja nicht. War ja damals schon nicht in Ordnung. Ach. Ja gut, die Leguan, die machen uns ja nichts. Geht's denn nach unten? Nee. Geht nicht nach unten. Aber unser Boot ist auch nicht mehr da. Gut, die wurden ja alle zerstört. Die haben sie ja alle... Ja, und unser Boot ist auch nicht da. Können wir da... Nee. Das Problem ist, wenn ich jetzt... Ich könnte hier runtergehen. Dann komme ich hier aber nicht mehr hoch. Weil es gibt nichts zum runtergehen. Versuchen mal da oben lang zu gehen. Also wir folgen jetzt einfach mal dem Weg. Am besten nicht nach unten gucken. Okay. Man kann zur Seite dashen. Wusste ich auch noch nicht. Ja, wie gesagt, wir haben so viele Dosen. Wir müssen eigentlich nichts mehr einsammeln. Aber ich glaube, wir bleiben mal auf dem Weg. So lange wie ein Weg da ist. Oh, Höhle. Okay, also wir kommen wahrscheinlich durch die Höhle hier hin. Es ist halt... Hier ist halt sehr viel frei. Aber vielleicht kommen wir ja hier... Oh, wow. Es ist halt schon... Also... Es ist halt wirklich viel, was die gemacht haben. Ich will mein Pfeil wieder haben. Okay, dann haben wir mal hier oder mal... Das war wohl nix. Das ist ja das Gleiche. Ich wollte nur gucken, ob da das Gras grüner ist. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Ich meine, wir machen jetzt auch eigentlich nur so einen Storylauf. Wenn wir mal ehrlich sind... Okay. Wir hätten auch uns niederlassen können und... Aber wir hätten so viele Sachen machen können. Eine Basis bauen zwischendurch und, und, und. Aber, ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn die Liebe eures Lebens im Urwald verschwindet, dann lasst ihr euch doch nicht nieder. Das sieht aber nicht gesund aus. Okay. Aber die waren ja friedlich, die bei denen wir waren. Die waren ja eigentlich friedlich. Waren die nicht friedlich? Wir nehmen das mal mit. Ich hab da so ne Ahnung. Es gibt ja nur einen Weg, wie wir uns erinnern. Okay, kein Platz mehr. Hä? Habe ich das Ding nicht voll gemacht? Ne, habe ich nicht, weil das Wasser dreckig war und ich mich angestellt habe wie ein kleines Mädchen. Ähm, da Dosenmölch. Äh, so. Das sind Judenbildse. Okay, geht's hier runter? Da hinten geht's runter. Was ist da? Nichts. Ah, Mann. Ich weiß nicht, ich will halt auch nichts überstürzen. Das scheint niemand zu sein. Es gibt aber auch keinen anderen Weg nach unten als da. Letztes Mal waren wir auch nicht wirklich willkommen. Weißt du, was ich meine? Ich guck gleich nochmal hin. Papagei. Da ist keiner. Da scheint echt keiner zu sein. So, wie kommen wir jetzt hier runter? Ne, schade. Ich will da nicht runterspringen. Also, äh, ganz ehrlich, wenn es keinen Weg wieder zurück gibt, dann werde ich da gar nicht mehr hingehen. Also, werde ich da gar nicht hingehen. Weißt du, was ich meine? Sollen die dann... Dann baue ich mir hier eine schöne Basis und bleib für immer hier. Mia wer? Nein. Da. Geht's nach unten. Okay. Also, es gibt einen Weg nach unten und wieder nach oben. Ja, ich hätte vielleicht einfach dem Weg folgen sollen. Gut. Mein Fehler. Mal wieder. Wessen auch sonst? Äh, äh, äh. Es ist halt wirklich sehr, äh, äh, äh. Wieso zeigt er mir Uhr? Was ist mit der Uhr? Wahrscheinlich Wasser, ne? Ja. Gut, ist kein Problem. Wir haben so viele Pilze. Du trinkst einfach gleich das komplette Meer leer. Das reimt sich sogar. Meer leer. Ja. Das ist aber immer noch der Sumpf. Und jetzt kommt ein Krokodil aus dem Wasser. Zack, tot. Ja, schmutzig oder nicht. Rinder mit. Ich werde auf jeden Fall gleich noch zum Dorf gehen. Das möchte ich unbedingt noch in dieser Folge machen. So. Äh, das war eigentlich zu viel. Egal, egal. Trink. Komm, gib ihm die volle Ladung. So, jetzt haben wir das Wasser aber mitgenommen. Okay. Wie gesagt, das Dorf sah leer aus. Ich denke mal, es wird auch leer sein. Weil, ganz, ganz ehrlich, ähm, man soll von der Story hierher und wenn da Feinde sind, ich glaube, die wollen auch, dass man diese Story erlebt, auch wenn man, ähm, jetzt nicht der beste Kämpfer ist. Das heißt, ich glaube, es ist schon so gemacht, dass die friedlich sind. Da ist ein Außenposten. Und gucken wir uns mal an. Wobei, hier ist nicht viel. Guck mal, schau mal. Ja. Aber hier ist immerhin ein Floß, das ich benutzen könnte, rein theoretisch. Aber speichern kann ich hier nicht. Ein toller Außenposten. Okay. Ähm, ja. Wir tun's jetzt einfach. Lass das sonst tun. Nein. Oh. Ich glaube, ich habe das Mikrofon geschlagen. Okay. Es sieht halt aber übelst verlassen aus. Naja, und was ist? Ja. Ja, ja. Mal wieder. Mal wieder. Mia, where are you? Mia, say something. Na, mal raus. Im Endeffekt, komm raus. Wir haben die alle umgebracht. Wir sind einfach so der übelste Psychopath. Okay. Oh, unbekannte Zwiebeln. Äh, was ich komisch finde, ist, dass zum Beispiel die eine Zwiebel verdorben ist, die andere aber noch nicht. Ah. Und was ich noch unschön finde, ist, ich kann irgendwas verspeichern. Schade. Wäre lustig gewesen. Nein, nein, wäre es nicht, wäre es nicht. Ähm, gut, hier liegt ja an sich genug rum. Ich würde nämlich trotzdem gerne speichern, bevor, äh, wir den nächsten Trip haben. Äh, was war das für eine Expedition? Ist die ganze Ausrüstung vom Flughafen dort gelandet? Versuchen sie, ein Heilmittel zu finden? Ist dieses Lager der Omolu, äh, äh, Omolu, äh, aus meinen Visionen? Sie wollten mit dieser Maschine Medizin entwickeln, die richtige Zutat musste gefunden werden. Habe ich ihnen geholfen? Alle sind ohne das Mittel geflohen. Aber warum? Was ist mit ihnen, äh, was ist ihnen entgangen? Und du wahrscheinlich? Jetzt weiß ich, wo unser Zelt steht. Sie haben es auf der Karte aus dem Lager markiert. Woher wussten sie von uns? Haben wir zusammengearbeitet? Mia, ich bin auf dem Weg zu dir. Aus diesem Dorf hat mich Mia angefunkt. Hier ist aber keiner. Nicht einmal ein verdammter Stammesmann. Es gibt aber noch einen zeremoniellen Ort. Es gibt nur eine Lösung. Ich muss nochmal eine Yasha dringen. Äh, Ayu, Ayu, Ayahuasca. Wow. Das war eine schwere Geburt. Aber im Endeffekt habe ich es geschafft, dieses Wort auszusprechen, das eigentlich gar nicht mehr so schwer ist. Hm. Gut. So, Tagebuch. Ich wollte eigentlich eine kleine Unterschlupfe bauen. zum Speichern. Hä, für eine bessere Kletterausrüstung habe ich doch. Oder gibt es nochmal wahrscheinlich nochmal bessere. So, wir machen diesen Hüttenunterstand, weil der eigentlich hier relativ günstig ist. Im Gegenteil zum Rest. Ähm, diese Sammeln. So, Stücke, Stücke. Stücke, Stücke, Stücke überall, aber wir haben nichts zum Bauen. So. Ähm, ja, stimmt, wir werden ja auch noch einen Haufen Stücke brauchen zum... Hey. Ähm. Ähm. Ihr wisst schon. Ihr wisst Bescheid. Ich weiß, dass ihr Bescheid wisst. Ihr könnt doch meine Gedanken lesen. Ähm, einfach... Ich erlaube es euch. Aber jetzt erzähle ich nicht, dass ich keine langen Stücke habe. Ja gut, zum Feuer machen würden die halt hier ausreichen, ne? Ähm. Die denken, dass man sich gleich ins Abenteuer stürzt und nicht speichert. Ha ha. Ha. Ha ha. Hm. Aber wir werden das in die nächste Folge machen. Keine Sorge, ohne euch werde ich das nicht gucken. Na ja, ihr kennt wahrscheinlich alle schon das Ende. Also ich, ich würde jetzt mal grob behaupten, dass diejenigen, die das Spiel haben, ähm, auch aus Angst gespoilert zu werden, äh, Let's Plays nicht gucken, bis, äh, das mache ich auch nicht. Ich habe bis jetzt auch nur in Let's Plays reingeschaut, ähm, äh, wo die Leute noch nicht so weit waren wie ich. Also, äh, äh, bei Pan hatte ich kurz reingeschaut und bei Maxim jetzt, weil ich mich übelst gefreut habe, dass er das spielt. Aber, ähm, ja, ansonsten ansonsten nicht. So. Okay. Er ist nicht fertig. Ich könnte weinen. Nein. Natürlich. Ich weine jetzt nicht. ach, komm. Jetzt erzählen wir nicht, dass hier kein einziges Batman ist. Ne, okay. Da war eins, da war eins. Wir haben zwei gebraucht, oder? Ich laufe. Ich habe zwei gebraucht. Ich sehe schon, ich habe zwei gebraucht. Das ist so dieser Moment, wo ich mir denke, Mädchen, wieso hörst du nicht auf deine Erinnerungen? Weil meine Erinnerung hat mir elf von 13 angezeigt. Aber so mein Kopf, vielleicht hast du dich geguckt, vielleicht hast du falsch geguckt. Und ohne Witz, das ist die Kopie von dem, was bei mir eigentlich immer in Mathe-Tests war. Ich habe eine Antwort gegeben und mein Kopf so, bist du dir sicher? Und ich so, ja, hallo, mein Kopf hat doch gesagt, dass das so ist. Bist du dir da wirklich sicher? Und dann habe ich eine andere Antwort gegeben. Gut. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.